Hey Leute, ich bin's TheRaceAxel und hiermit begrüße ich euch recht herzlich zum vierten Video der Reihe Hashtag kleinen YouTubern helfen Und mit dabei ist heute der MonkeyDChris Und ja, da würde ich mal sagen, du kannst erst mal gleich mal deinen Kanal vorstellen und ja, hau mal rein Heyo Leute, was geht ab? Mein Name ist Chris und willkommen auf deinem Kanal Und ja, was gibt's auf meinem Kanal? Ja, so anderes Zeug, Thermal-Nukes, Thermal-Affuck, Scheiße Nee, das ist ziemlich witzig, wenn man damit spielt, muss ich sagen Und manche Deutsche schreiben dann zu dir, du bist der Abfucker Number One Naja, sie fucken das selbst mit irgendwas immer ab, also warum nicht, ich auch Ja, das stimmt, ja, wie ihr hört, ist es schon ein richtig cooler Kanal, eigentlich ein richtig witziger Dann fangen wir gleich mit den Fragen an Ja, welche Spiele gibt's denn auf deinem Kanal so zu sehen, so hauptsächlich Call of Duty, Battlefield Und Samstag will ich gern so ein Anime-Samstag machen, aber ich komm noch nicht mit der scheiß Livestream-Funktion klauen Okay, ja, cool, hört sich ja schon mal gut an, wenn du's irgendwie hinkriegst, ist ja schon mal nice Gut, dann zur nächsten Frage, ähm, holst du dir Advanced Warfare oder was für Spiele würdest du so demnächst bei dir geben? Also, Advanced Warfare werde ich mir kaufen und dann könnt ihr euch immer auf den Live am Freitag freuen, weil alles, was mich abfuckt, fuck ich dann auch ab Deswegen hole ich mir auch den nächsten SCUF-Controller, dann springe ich da online auch so rum wie die anderen Idioten Okay, cool, sehr cool Ja, ähm, nice, gut, dann, ähm, nächste Frage ist, spielst du auf Konsole oder auf PC? Beides Ah, okay, was für Konsolen hast du? Xbox 360, PS3, PS4 Oh, cool, und wirst du ja Advanced Warfare dann für Konsole holen? Ja, hast du ja SCUF-Controller gesagt, stimmt Ja, PS4 Okay, cool, ja, werde ich dann auch mal gucken Ähm, gut, was denn dein Lieblingsspiel, so im Moment, was du am liebsten so zockst? Seit vier oder fünf Jahren ungelogen Modern Warfare 2 Ah, okay, ja, ist wirklich eigentlich das beste Teil von Call of Duty, PS4, finde ich eigentlich auch, mit MW3 Ah, gut, wird es auch wahrscheinlich dann eine Menge Gameplay davon geben Und seit kurzem mag ich sogar Battlefield 4, obwohl mein Controller schon mehrmals wegen das Spiel in die End geflogen ist Oh, ja, okay, cool, gut Ähm, ja, dann hätten wir schon die letzte Frage, und zwar, was denn so dein größtes Ziel auf YouTube? Was willst du so erreichen? Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, als du das erste Video gemacht hast Ja Hm, das ist sehr schwer, also, ich hatte eine ziemlich dreckige Vergangenheit mit Mobbing und so Also, ich möchte einfach so Leute haben, die mich so mögen, wie ich bin Und ich möchte halt auch mal so den Leuten zeigen, die zu mir sagen, dass ich nichts kann und so und ein Nichts bin Einfach zeigen, dass so 2000 Leute hinter mir stehen Oh, okay, wow Ja, das hört sich echt richtig cool an, also wirklich, geht mal wirklich bitte auf den Kanal von ihm, das hört sich echt nice an Ich glaube, ich lasse bei ihm auch mal ein Abo dabei, ist, glaube ich, ein richtig netter Tipp Und ja, damit wären wir auch schon mit den Fragen eigentlich soweit zu Ende Dann würde ich mal sagen, ich... Der Nahtyp bei Call of Duty ist bei mir auch offen, also bin ich nett Gut, weil ich sagen wollte, ich verabschiede mich schon mal so, du kannst jetzt gleich nochmal sagen, warum denn die Leute dich gerne abonnieren wollen, äh, sollten Hast du ja gerade eben schon ein bisschen gemacht Ich sag mal, haut rein, deut ihm nochmal zu und ich gebe das Wort an dich Ja, warum ihr mich abonnieren solltet, ja, ich bin ziemlich guter Typ, also bin immer nett drauf und so Und ihr beantwortet auch jede PN oder so Bis dahin, euer Chris, Sayonara, ciao